Ich lasse nimm zwei Soft in Wodka für eine Woche, oder bis ich nicht mehr abwarten kann. Brutal. Und jetzt warten wir. Es ist eine Woche vergangen und Junge, was ist hier passiert? Ich würd sagen, wir probieren das Ganze jetzt erstmal. Riecht richtig geil. Guten. Man schmeckt den Wodka ein bisschen raus und es schmeckt trotzdem sehr gut. Es ist Zeit für einen Shot. Daibouja. Das schmeckt richtig gut. Das übertrifft sogar meine Erwartungen. Definitiv eine 10 von 10.